Ja, ja, es ist die geistreiche Atmosphäre der schönen Wiener Stadt, die uns alle so glücklich sein lässt und uns so das Leben lieben lässt in jener Stadt, die wie sie eben einst von dem Herrn, wo es war sie damals, wo es war, laun unser geliebtes Wien genannt wurde. Im Rahmen dieser sehr, sehr interessanten Auseinandersetzung mit von Vinzenz Lichtenstein, Gott habe ihn selig, einmal als Homosexuellen bezeichneten Personen hat er auch seine Hasenscharte gewissermaßen als ein Geschenk Gottes, oder will ich doch einen prüfen, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, irgendwie genannt und klassifiziert. Auf jeden Fall war das Ganze eine sehr österreichische Geschichte.